Einen schönen guten Abend, liebe TeilnehmerInnen unseres heutigen Webinar-Angebotes, unseres heutigen Webinar-Abends in unserer verkehrspolitischen Reihe an Webinaren der Grünen im Bayerischen Landtag. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Markus Büchler. Ich bin der Sprecher für Mobilität der Grünen im Bayerischen Landtag und biete eben eine Webinar-Reihe an, aufgrund der Einschränkungen an Veranstaltungsmöglichkeiten, die wir aufgrund der Pandemie haben, hier jetzt auf Basis eines Webinars. Und ich freue mich sehr über fast 70 Anmeldungen, fast 70 Teilnehmende, die jetzt hier anwesend sind. Werden wir in einem Raum, dann wäre es ein großer Raum schön gefüllt. Den stellen wir uns vor und freuen uns daran. Ich freue mich aber noch viel mehr, Sie alle heute zu einem ganz spannenden Thema begrüßen zu dürfen und eine Referentin aus dem Europäischen Parlament als Gast hier heute begrüßen zu dürfen, nämlich Anna Depanne-Grunnenberg. Sie ist Mitglied des Verkehrsausschusses im Europäischen Parlament und macht zurzeit wie die Europäische Union sehr viel Werbung für im Rahmen des Europäischen Jahres der Schiene. Die Schiene wird in den Vordergrund gestellt. Das lässt uns Grüne natürlich begeistert sein, denn wir sind ja diejenige Partei, die stark für den Ausbau des Schienenverkehrs als klimafreundliches Verkehrsmittel, als klimafreundliche Alternative zum Flieger, aber auch zum Auto wirbt. Und deswegen ist es sehr, sehr erfreulich, dass die Europäische Union sich jetzt hier in diesem ganzen Jahr auf den Weg macht, die Schiene in den Vordergrund zu stellen. Allerdings ist es natürlich mit Werbung nicht getan, sondern wir brauchen sehr viel mehr als Werbung. Wir haben ein großes Defizit im Bereich der Schiene, eigentlich in ganz Europa, aber speziell auch bei uns in Deutschland und bei uns in Bayern. Wir haben eine hoffnungslos veraltete Infrastruktur in weiten Teilen. Wir haben niedrige Investitionen in den Schienenverkehr. Das ist zwar unterschiedlich in den verschiedenen europäischen Ländern und Deutschland ist da kein leuchtendes Vorbild, sondern sehr, sehr weit hinten mit nur 60, 70, 80 Euro pro Einwohner und ja Investitionen in Schienennetz, wo zum Beispiel Österreich nur als Vergleich mit 250 und bald 350 Euro dank grüner Regierungsbeteiligung am Start ist. Auf jeden Fall fehlt es aber sehr stark an europäischer Koordination und Vernetzung. Und was die europäische Ebene hier machen und beitragen kann, werden wir heute Abend von Anna erfahren. Ich bin sehr, sehr gespannt auf deinen Input. Anna ist, wie gesagt, Mitglied des Europäischen Parlaments und dort im Verkehrsausschuss. Sie ist schon lange aktiv bei Bündnis 90 Die Grünen, stammt aus Stuttgart im Landesverband Baden-Württemberg seit langem aktiv und wird gleich noch Näheres zu sich sagen. So viel zur Vorrede, vielleicht noch ganz kurz zum organisatorischen Ablauf des Webinarangebots. Wir wollen in der Stunde enden, das Ganze auch kompakt halten und dicht halten, damit es interessant und lebendig für Sie bleibt von der ersten bis zur letzten Minute. Sie haben die Möglichkeit, Fragen hier in rechter Hand vermutlich wird es Ihnen eingeblendet, in die entsprechende Toolbox, die Ihnen angezeigt wird, einzublenden. Wir werden eine Auswahl davon zur Verfügung stellen. Bitte sehen Sie uns nach, wenn wir nicht jede Frage beantworten können, aufgrund des Zeitfensters, das zur Verfügung steht. Meine beiden MitarbeiterInnen, Anais Schuster-Brandes und Fabian Norden, werden die Fragen sammeln, sortieren und dann entsprechend einbringen. Genau, das zum Ablauf. Jetzt haben wir als erstes die Präsentation von Ana. Bitte, du hast das Wort. Herzlich willkommen. Ja, danke schön auch Markus für diese schöne Einladung hier in Bayern. Und mein Vortrag lautet eben Ein europäisches Jahr der Schiene. Ja, bitte, aber richtig. Und ich freue mich sehr und begrüße hier alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die auch Lust zu erfahren, was ist überhaupt mit dem Jahr der Schiene, was bedeutet das und wie können wir auch vortrittliche ökologische Politik durch dieses Jahr der Schiene machen. Kurz zu mir. Du hast ja schon einiges gesagt. Ich bin Forst- und Umweltwissenschaftlerin und habe in Freiburg und in Vancouver studiert. Ich bin in Berlin geboren und in Frankreich aufgewachsen. Mein Vater ist Schweizer. So durfte ich durch meine europäische Biografie auch drei Nationalitäten bekommen. Seit 2019 bin ich eben Mitglied im Europaparlament mit großer Freude, auch wenn natürlich jetzt gerade das mit dem Reisen und das sich Treffen alles ein bisschen schwierig ist. Aber es ist doch eine sehr spannende Tätigkeit. Zehn Jahre davor war ich Fraktionsvorsitzende und Stadträtin im Stuttgarter Stadtrat, habe dort auch sehr viel mit Mobilität gemacht. Und nebenher in einem anderen Leben bin ich selbstständige Seminarleiterin für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Genau, ich wohne seit ungefähr 2005, 2006 hier in der Region und in Stuttgart, jetzt im Süden von Stuttgart, bin verheiratet und habe drei jugendliche Kinder, die auch die Freuden des Homeschooling gerade mit uns mitmachen. Hier sieht man in kleinen Übersicht über welche Ausschüsse ich bin und welche Themen mich sozusagen beschäftigen. Ganz oben links in blau eben der Ausschuss für Verkehr und Tourismus, auch mein Hauptausschuss, wo ich eben das Europäische Jahr der Schiene, da war ich Berichterstatterin, wie man das sagt, also zuständig für das gesamte Parlament, habe mich aber auch beschäftigt mit Bahnpassagierrechte, mit Nachtzüge, jetzt gerade neuerdings mit Eurocharging, das ist die Straßenmaut, wenn man so will. Insgesamt natürlich Verkehrswende, Transformation ist mein Thema. Ich bin auch im Ausschuss für Landwirtschaft und ländlicher Raum. Das ist ja sozusagen auch wegen meinem Studium und meine große Leidenschaft für die Biodiversität und den Artenschutz, wo ich immer mehr merke, dass natürlich auch beides zusammenhängt, wie wir es uns eben bewegen und wie wir auch mit den Emissionen umgehen, beeinträchtigt zum Beispiel auch den Wald und in die Infrastruktur sowieso. Ich bin im Untersuchungsausschuss für Tiertransporte, da haben wir große Missstände in Europa. Da müssen wir gucken, dass wir das bestehende Recht verschärfen und vor allem das bestehende Recht auch implementiert bekommen. Und sonst habe ich noch Regionalausschuss, bin sehr aktiv im Bereich Gemeinwohlökonomie. Das ist sozusagen auch ein Thema, was ich von der Gemeinde her mit auf die europäische Bühne mitnehmen möchte und durch meine Biografie deutsch-französische Kooperation auch sehr wichtig für mich. Und wie ihr seht, ich habe zwei Europa-Büros vor Ort in Stuttgart und in Freiburg. Genau, die Verkehrswende, die lässt auf sich warten. Das kann ich nur so sagen hier in Rot, die Linie der CO2-Emissionen mit dem Referenzjahr 1990 bis zum Jahr 2018. Das ist sozusagen sektoral betrachtet der einzige Sektor, der eben sogar zugenommen hat. Und hier sieht man die Prozentsätze auf der rechten Seite, der Verkehrsbereich im Rot hat zugenommen. Und wenn man Aviation und Shipping noch dazu betrachtet, in lila und in rosa, sind das wirklich die großen Batzen neben dem Thema Landwirtschaft und Biomasse, wo wir auch noch eine zweite Baustelle haben. Genau, die Emissionen im Verkehr steigen. Das ist eine bittere Erkenntnis. Wenn wir uns das nochmal genauer angucken, sehen wir, dass der Straßenverkehr für über 70 Prozent der Emissionen verantwortlich sind. So simpel ist das. Deswegen müssen wir etwas tun. Und deswegen ist auch die Verkehrsverlagerung auf die Schiene, wie wir sagen, Shift to Rail, so wichtig. Für die Verkehrswende bildet eben die Schiene das passende und nachhaltige Rückgrat, das es bereits gibt. Und 54 Prozent des Schienennetzes in der EU sind elektrifiziert heute. Und das ist natürlich der Grund, warum der Schienenverkehr so gut ökologisch mit weniger CO2 abschneidet als die Straße und der Luftverkehr. Schienenpersonenverkehr hat nur einen Anteil von knapp 8 Prozent in 16 gehabt. Das sind die letzten Zahlen, die wir haben. Und im Güterverkehr sind wir bei unter 17 Prozent. Also gibt es noch auch viel Luft nach oben. Und wir arbeiten natürlich dran, eine drastische Verkehrsverlagerung auf die klimafreundliche Schiene zu bewerkstelligen. Das Europäische Jahr der Schiene war ein Vorschlag der EU-Kommission und haben sie sich vorgenommen. Wir vermuten sozusagen als Nachklapp des Green Deals, was ja von der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen so groß verkündet war, haben am Anfang aber uns in dem ersten Werk sozusagen erst eher so Veranstaltungen, Kampagnen. Letztendlich lass uns die Schiene feiern. Und uns war das natürlich nicht genug. Wir haben gesagt, wir feiern gerne die Schiene als Grüne mit, aber wir wollen auch tatsächliche Verbesserungen erreichen. Und wir haben einiges rein verhandeln können, nämlich, dass wir die Lücken im Bahnnetz reinschreiben konnten. Also sozusagen auch Hemmnisse für ein besseres Rückgrat, wie es jetzt ist, mal auch genannt und auch Lösungsvorschläge gemacht. Wir haben natürlich über Investitionen in der Zukunft geredet. Und wir haben auch ein paar neue Ideen reingebracht, nämlich einen Konnektivitätsindex. Das ist sozusagen eine Zahl, die uns ermöglichen würde, tatsächlich zu gucken, wenn wir neu investieren in dem europäischen Schienennetz, was bringt mehr Netzwirkung. Weil wir wissen, ganz viele Großprojekte, Stuttgart 21, Letztgrüßen oder auch Lyon-Turin, fressen enorm viel Geld, auch Zuschüsse von der Europäischen Union. Und sie sind unterm Strich manchmal, sei es für die Zeit, die wir einsparen oder die CO2-Menge, die wir einsparen, aber auch die Netzwirkung sehr schlecht. Und man könnte das eigentlich errechnen. Und da war das Rechnungsprüfungsamt, heißt es jetzt nicht bei uns, das ist Court of Auditors, hat sozusagen auch uns die Nase drauf gestoßen. Ihr könntet das viel rationaler machen. Und das haben wir aufgenommen und gesagt, wir brauchen so einen Konnektivitätsindex. Und wir haben auch überlegt, zusammen mit dem Rat, wie wir ein Label, ein CO2-Label, vielleicht auf Produkte drauf stellen können, dass der Konsument eben sehen kann, was ist mit der Bahn gekommen und was nicht. Und tatsächlich habe ich als Berichterstatterin diese Aufgabe sehr ernst genommen und hatte auch sehr viel Unterstützung von den Kollegen aus den anderen Fraktionen, muss ich sagen, für dieses Dossier. Also was wir machen müssen, ist eben faire Wettbewerbsbedingungen für die Schiene tatsächlich herstellen. Also mindestens, sage ich immer, weil im Sinne einer Gemeinwohlökonomie wäre es sogar andersrum, dass man diejenigen, die weniger verpestet, bessere Wettbewerbsbedingungen verschafft. Aber zumindest das erste Ziel, und da konnten auch alle Fraktionen sozusagen mit zustimmen, ist eben mindestens faire Wettbewerbsbedingungen. Und da geht es eben, dass man die externen Kosten des Verkehrs eben internalisiert. Und bei der Schiene ist dieses Prinzip am weitesten fortgeschritten, aber eben im Gegensatz dazu bei der Straße gar nicht. Und deswegen arbeiten wir auch als Grüne sozusagen Hand in Hand mit diesem Dossier, mit der Straßenmaut, mit dem Eurocharging, weil es muss sich da sozusagen ein fairer Grund finden. Sonst wird logischerweise, und das merken wir auch als Benutzer und Benutzerin der Bahn, wenn ich Zeit investiere in die Bahn und natürlich auch Umstiege mit in Kauf nehme, wenn es aber dann noch teurer ist als alle anderen Möglichkeiten für mich als Besteller, Bestellerin, dann ist es natürlich unfair. Und so können wir auch keine große Verlagerung, sei es im Schienenpersonenverkehr oder auch im Güterverkehr. Und die zweite Ungleichbehandlung, das ist eben die fehlende Kerosensteuer im Bereich des Flugverkehrs oder auch keine Energiesteuer. Und sogar auf die internationalen Beziehungen haben wir in der Bahn eben Mehrwertsteuer, die entfällt beim Flug. Und da müssen wir ganz konkret ran. Wir brauchen also ein europäisches Eisenbahnnetz. Und was wichtig ist und wo ich auch ein Augenmerkmal drauf legse, sind die Missing Links. Da hilft natürlich auch sozusagen hier meine Verankerung in Baden-Württemberg, weil ich das auch schon in der lokalen Rolle mitbekommen habe, wie wichtig das ist, eben zum Beispiel über die Grenze Freiburg-Kollmar wieder zu reaktivieren. Wir sehen da, dass das Potenzial der Schiene in Europa besser nutzen könnten, wenn wir diese kleinen grenzüberschreitenden Übergänge quasi renovieren würden, elektrifizieren würden, neu bauen würde. Manchmal sind das nur ein paar Kilometer. Und das würde dem gesamten europäischen Eisenbahnnetz eben zugute kommen. Und natürlich auch die transeuropäischen Netze, diese ganz große TNT-Korridore, die müssen nach wie vor ganz gezielt ausgebaut werden. Und wir arbeiten auch daran, dass IRTMS, also ein europäisches Signalsystem, digitales Lotsen sozusagen, sei es an der Schiene und an den Wägen, voranzutreiben. Und da sehen wir auch leider, dass die Nationalstaaten in sich sogar nicht konsistent sind und Flickenteppich machen und untereinander auch nicht abgestimmt, sodass das System quasi überall so ein bisschen aufploppt. Aber es kann ja nur eine Wirkung haben, wenn es zumindest auf die großen Strecken am besten im gesamten Netz natürlich vollzogen ist. Und diese kleinen Missing Links im europäischen Warnnetz abseits der großen Korridore, die betrachten wir ganz genau, weil da lässt sich mit viel weniger Mitteln, also Bruchteil davon, einen echten europäischen Mehrwert schaffen. Hier hatten wir eine Studie von DigiRegio, die wir auch mit sozusagen nachher auch ausgewertet haben und die sich auch damals eben in der letzten Wahlperiode mit Möglichkeit sich für diese Regionen und diese Länder, um diese Lücken zu verschließen, auch partizipieren, dass sie quasi auch von den CEF-Mitteln, von den europäischen Fonds quasi etwas bekommen. Leider jetzt mit dem neuen mehrjährigen Vertrag wissen wir nicht genau, wie viel für die CEF genau für diese Punkte reserviert werden sollen. Wir arbeiten noch dran, aber das wäre uns ein sehr, sehr großes Anliegen, weil wir sehen, es gibt sehr, sehr viele Lücken überall und genau an den Grenzen. Das ist nämlich so, dass die Verkehrsplaner der jeweiligen Länder eben auch gelernt haben, wie ihr Land aussieht und genau in diesem Bereich sozusagen ihr Netz geplant haben. Aber wie man sieht, Süddeutschland oder eben der Nordosten von Frankreich ist nicht das Ende der Welt, sondern auf der anderen Seite ist genauso weiter Europa und deswegen müssen wir an diesen Lücken. Und da kennt ihr euch auch in Bayern gut aus. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, eben europäisch mehr zu denken. Hier sehen wir nochmal aus der deutschen Perspektive heraus, welche Projekte es gibt und da sind sie auch schon begutachtet worden. Diejenigen in grün sind sozusagen low hanging fruits. Da gibt es sehr wenig, wo man noch investieren muss und man könnte sozusagen die Ergebnisse ernten. In gelb sind diejenigen, wo es zwar noch ein paar Hürden gibt, aber wo man sich das in ein paar Jahren vorstellen kann. Und da sehe ich auch ein Projekt in Bayern, Passau, Waldkirchen, Frejungen. Also gerne erfahre ich da auch mehr ganz präzise, wenn jemand da etwas weiß über diese eine Verbindung, wie wir auch helfen können vom Europäischen Parlament. Und dann haben wir noch ein paar Strecken, die wichtig wären, aber die nicht so einfach sind zu realisieren. Die Bahnen in Europa müssen attraktiver werden. Also eben hauptsächlich bei den Menschen, die sich über die Grenzen auch fortbewegen wollen, sind die Kunden wirklich mit dem Tarifdschungel konfrontiert. Das ist etwas, was wir jahrelang schon bemängeln. Die Tickets sind manchmal gar nicht buchbar über eine gemeinsame Plattform oder die Fahrgästrechte sind eingeschränkt, weil es sich eigentlich um einzelne Tickets handelt. Und das sind zum Beispiel für lange Strecken oder auch Buchungen von Nachtzügen wirklich problematisch. Man stellt sich vor, eine Familie möchte sich umstellen und möchte eben die Angebote von Nachtzug mit der ganzen Familie und drei Kindern mal nutzen. Wenn aber der Zubringer Zug quasi Verspätung hat und niemand dafür Verantwortung übernimmt, dass man eben den Nachtzug, den man dann sich doch geleistet hat, irgendwie nicht erreichen kann, dann ist es natürlich für die gesamte Strecke von A nach B einfach sehr unattraktiv und risikoreich. Und deswegen brauchen wir einfach eine einfache Suche im Internet mit einer guten Plattform und die gewünschte Ticketbuchung und auch die Gewährleistung muss möglich sein. Und technisch, wie wir alle wissen, wäre es ja überhaupt kein Problem. Es geht ja eher darum, dass die verschiedenen Bahnunternehmen ihre Daten nicht freigeben wollen und auch die Europäischen Union bisher nicht genug Druck macht, dass das erfolgen soll. Bei der Überarbeitung der Bahnfahrergastrechten wurde leider eben die Chance verspielt, dieses Ticketing sozusagen in einem legislativen Akt vorzuschreiben. Genau, da komme ich auch nochmal ganz kurz dazu. Die Bahnfahrergastrechte, wir kennen sie alle. Das sind die Formulare, die wir ausfüllen, wenn leider die Bahn zu spät ist, aber man dann zumindest eben das Geld teilweise oder ganz zurückbekommt. Das sind auch die Möglichkeiten, wenn man irgendwo strandet, dass man unterstützt wird. Ich muss sagen, in der Novellierung dieses Bahnfahrergastrechte, ich bin da eingestiegen, war sehr glücklich. Das war eines meiner ersten Dossiers, wo ich dachte, oh, da hat das Parlament aber mal richtig einen draufgelegt. Das ist gut. Wir wollen den Green Deal. Wir wollen CO2 sparen. Wir müssen die Bahn stärken. Also werden die Bahnfahrergastrechte wirklich stark werden oder stärker, als sie jetzt sind. Ehrlich gesagt, außer die Grünen, haben alle so ein bisschen gemerkt, dieses Dossier plätschert vor sich hin. Der Rat, also die Mitgliedstaaten sind überhaupt nicht bereit, Zugeständnis zu machen. Sie sehen eher ihre ehemaligen Bahnunternehmen oder sie sehen da nationale Einschränkungen und es wird zu teuer für sie. Also haben sie sozusagen eher alles runtergespielt. Und wir haben in dem zentralen Bereich, wie eben dieses Durchgangsticketing, aber auch Rerooting, kann ich dann zum Beispiel zu einem anderen Bahnunternehmen wechseln, falls ich ihn verpasst habe. Oder auch die Anmeldezeiten für Menschen mit Behinderung. Da haben wir sehr, sehr wenig erreicht und gar keinen Durchbruch. Und vielleicht das einzige Positive, wo wir auch da wirklich uns eingesetzt haben, ist die Fahrradmitnahme, die jetzt dann quasi überall sein werden kann. Und die neuen Wägen oder auch die neu instandgehaltenen Wägen, die müssen dann auch Plätze für die Fahrradmitnehmer in ganz Europa, sodass diese Kombination zwischen Bahnfahren und Fahrradfahren wirklich auch flächendeckend in ein paar Jahren möglich sein wird. Der große Knackpunkt sozusagen war die Aufnahme einer Force Majeure, wo wir wirklich auch den Berichterstatter heiß gemacht haben. Das geht doch gar nicht, das können wir nicht eingehen. Aber wie gesagt, zum Schluss hatte der eine Mehrheit, um das durchzuwinken. Und wir finden, dass dadurch insgesamt die ganzen Rechte quasi signifikant geschwächt sind, weil wir sozusagen auch sehen, in Zeiten von Pandemie oder von Sachen, die neu kommen, wenn dann jedes Mal einfach Force Majeure ausberufen werden kann, dann ist es natürlich für den Kunden eine große Rechtsunsicherheit. Die große Argument von dem Rat war, wir wollen das eher so machen wie ähnlich wie bei dem Flugverkehr. Aber dann haben wir immer argumentiert, dann müsste aber zumindest die Entschädigungsleistung sozusagen auch richtig hoch sein und fett sein. Also sozusagen hier ein Geben und hier ein Nehmen. Aber das haben wir auch nicht durchbekommen. Das heißt, wir haben leider die Force Majeure reinbekommen, aber keine höhere Entschädigungsleistung im Gegenzug. Im April ist die finale Abstimmung im Plenum zu diesen Fahrgastrechten. Wir haben auch nochmal versucht, uns zu verbünden und nochmal neue Anträge gestellt. Ich bin sehr gespannt, auch wie die ganzen Verbraucherschützerverbände uns da unterstützen werden. Wir werden nochmal dafür werben, dass das eigentlich nicht sein kann, wenn man den Green Deal ausruft, in der Art und Weise die Bahnfahrgastrechte eben zu schwächen. Genau. Der Nachzug als Erfolgsindikator für den Jahr der Schiene, Fragezeichen. Da muss man sagen, da tut sich was. Vor ein paar Jahren, als wir Grüne über Nachzug geredet haben, als eine tatsächliche Alternative, Entschuldigung, haben uns ganz viele immer so schmunzend angeguckt. Ach, die Grüne, ganz romantisch. Und jetzt sehen wir aber tatsächlich die neue Generation, sei es auch junge Menschen, aber auch Menschen geschäftlich, die gerne sagen, ich steige gern eben abends in einem Zug, wenn die Zeiten gut passen. Und am nächsten Morgen komme ich ausgeruht und eben auch CO2-arm an mein Ziel an. Und dieses Jahr der Schiene ist sozusagen auch für uns eine Gelegenheit, dieses System nochmal nach vorne zu stellen. Und wir haben von, hauptsächlich natürlich von der ÖW, das wissen wir alle, da neue Möglichkeit durch Europan. Wir hoffen, dass es auch einen Schwung gibt, dass andere Bahnunternehmen jetzt nochmal einsteigen. Wir haben die Grüne Forderung, haben wir eben in einer umfangreichen Studie hier mal verfassen lassen von der Kommission. Das ist sehr interessant. Sie kommt auch bald raus. Da werden wir noch Schlüsse ziehen können, was wir politisch machen können. Wir haben den Anruf, die Kommission unterstützt uns sehr. Und politisch haben wir als Grüne natürlich auch schon sehr viel dazu gemacht. Und auch bei mir, in meinem Büro dürft ihr, wenn ihr Lust habt, diesen Poster. Das ist ein großer Flyer sozusagen mit dem Nachtzug quer durch Europa. Könnt ihr gerne bei mir anfragen, sende ich euch gerne zu. Da sieht man die meisten Bahnverbindungen und ist auch für viele Menschen unbekannt, dass das System schon einiges abdeckt. Weit noch nicht das, was wir uns vorstellen, als echtes Verkehrsmittel durch die Nacht. Aber wir arbeiten noch an einem Netz und wollen natürlich dann auch dafür werben. In meinem Flyer sehen wir dann auch die verschiedenen Gründe sozusagen für eine Nachtzugfahrt. Umweltfreundlich und Reisezeit ist Schlafenzeit. Man kann sich kennenlernen, wenn man Lust dazu hat. Und tatsächlich ist es auch eine sehr besondere Erfahrung. Und aber auch unsere Forderungen für Nachtzüge in Europa. Fairer Wettbewerb zwischen Luft und Schiene. Das hatte ich Ihnen schon gesagt. Und eben wir brauchen Anschubförderung, damit diese neue Strecke sie etablieren können. Wir brauchen faire Preise für die Schienennutzung. Die Straßenpreise sind ein ganz, ganz großer Nachteil, weil sie werden auch zeitlich berechnet. Das heißt, ein Zug, das extra ja langsam fährt, damit Menschen eben ausgeruht am nächsten Tag ankommen, ist doppelt sozusagen benachteiligt. Und wir brauchen das ganze Thema auch buchen mit den Fahrgastrechten, wie ich vorhin erzählt habe, damit das gesamte System auch attraktiv ist. Und wir hatten auch noch eine Forderung, die wir auch reingeschrieben haben in unserem Bericht, dass EU-Beamte oder überhaupt Menschen aus dem öffentlichen Dienst sollten irgendwie bei Dienstreisen, wenn möglich, tatsächlich auch Vorbild sein, mit dem Nachtzug fahren und dann in den Kreisen, wo sie dann tagsüber zirkulieren und Politik machen, auch gerne von diesem System erzählen. Und wir denken, dass es dann auch zu Neugewohnheiten tatsächlich bringen kann. Genau. Gerne kommt mit auf die Reise zum Wandel und abonniert auch meine Kanäle. Hier sehen wir noch ein Foto. Das ist aufgenommen worden, als ich den Markus tatsächlich in München getroffen habe. Da habe ich einen Zubringerzug genommen, um nachher in den Nachtzug einzusteigen. Und da war der Zugchef, wie man sieht, ja ganz klassisch, auch sehr vornehmen, hat mir geholfen, da mal einen Koffer zu tragen, wo ich nichts gefragt habe. Das war mir ganz lustig, wir beide. Und es ist schön, dass wir uns heute Abend nochmal zu diesem Thema Jahr der Schiene unterhalten können. Hier seht ihr auch meine verschiedenen Kanäle. Bei dem Jahr der Schiene haben wir jetzt tatsächlich viele Anfragen, Vereine, aber auch private Menschen, die sich überlegen, wie könnten wir uns besser vernetzen mit dem Jahr der Schiene. Wir sagen, bewirbt euch, das ist ganz wichtig. Wir werden jetzt das Jahr der Schiene, weil das Jahr 21 doch schwierig ist für viele Events zu machen, wir werden die Projekte bis in das Jahr 22 fortführen. Also mehr oder weniger wird dieses Jahr der Schiene ein binäres Jahr der Schiene. Bis ins Jahr 22 werden wir dann auch Projekte sehen und wir ermutigen auch alle Möglichkeiten, die ja sozusagen in den Hygienevorschriften gerade noch klappen, sei es im Radio oder eben Online-Veranstaltungen, dass die Menschen, die auch Lust haben, sich über diesen panneuropäischen Diskurs zu beteiligen, was braucht die Schiene, um das Rückgrat der Zukunft zu sein? Was muss die Gesellschaft da investieren? Wie geht es jetzt mit dem Recovery-Plan weiter, also mit diesem Wiederaufbaugelder sozusagen? Wie geht es weiter? Wie viel wird im Bereich Klimaschutz der Schiene gebilligt werden? Da glaube ich, die Gesellschaft und insgesamt wir auch als Bahnliebhaber und Liebhaberin auch gerne noch mal mehr Druck zu machen, weil jetzt ist sozusagen der Diskurs da und die Möglichkeiten werden in den nächsten Monaten sicherlich da sein, um sich einzubringen. Genau, das wäre es von meiner Seite. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und ich freue mich auch sehr auf eure Kommentare und Fragen. Vielen herzlichen Dank, liebe Anna, für diesen kompakten und obwohl es komplizierte Fachthemen betrifft, auch sehr, sehr verständlichen Überblick. Hat Spaß gemacht, dir zuzuhören. Mir jedenfalls und bestimmt auch unserem Auditorium von inzwischen schon 81 Personen. Das ist sehr schön an den Webinaren, ist ja, dass man sich so unkompliziert zuschalten kann. Schade allerdings für die Referierenden ist, dass man den Applaus nicht hört. Insofern stellvertretend von meiner Seite der Applaus des Auditoriums. Vielen Dank, Anna. Als wir die tollen Fotos am Münchner Hauptbahnhof gemacht haben, bin ich kurz davor auch von einer langen Nachtzugreise zurückgekommen, die mich bis nach Tibet geführt hat. Unvorstellbar in heutiger Zeit, wie es noch vor kurzem möglich war, die Grenzen zu überwinden und einfach in Europa und drüber hinaus in dem Fall für mich sogar bis nach Asien mit dem Zug zu fahren. Und wir hoffen natürlich alle sehr, dass sehr schnell jetzt wieder eine Normalisierung mit dieser grauenhaften Pandemie eintritt und wir wieder Grenzen überwinden können. Denn gerade so aus bayerischer Sicht ist es momentan ja ganz, ganz fürchterlich, wie abgeriegelt wir sind. Auch für die GrenzpendlerInnen. Es ist momentan eine äußerst bedrückende Situation, die wir an den Grenzen haben. Ich hätte noch selber eine Frage, bevor wir dann sofort versuchen, möglichst viele von den Publikumsfragen aufzugreifen. Aber eins würde mich noch interessieren und ich hoffe auch einen Teil unserer Teilnehmenden hier. Die europäische Politik ist ja leider nicht so präsent in vielen Medien, wie sie denn oft sein sollte und wie wir es uns wünschen würden, weil ja ganz wichtige und grundlegende Dinge in Brüssel entschieden werden und leider sind die Debatten oft sehr fern oder sehr abstrakt geführt. Deswegen würde mich noch einmal interessieren, welche Möglichkeiten siehst du denn konkret, dass man auf europäischer Ebene auch wirklich einen großen Sprung nach vorne bekommen kann in Richtung der besseren Eisenbahn- und Verkehrspolitik, für die du viele wunderbare Beispiele benannt hast, die wir fordern als Grüne. Wie kommen wir da in die Umsetzung und wie groß, denkst du, ist es auch ein Handlungsspielraum einer deutschen Regierung, wenn sie denn zum Beispiel ein grünes Verkehrsministerium hätte ab dem Herbst? Und wie groß ist da der Gestaltungsspielraum? Was geht da mit den Partnerinnen und Partnern in der EU? Ja, du hast ja in dem zweiten Teil der Frage quasi die erste Teil auch mit beantwortet. Und in der Tat ist es so, mir war es auch nicht so klar, bis ich selber hier Akteurin bin, dass tatsächlich das Parlament sehr oft doch recht fortschrittliche Positionen einnimmt. Also das ist schon auch so durch das Losgelöstsein von Parteien. Also wir sind da in Parteiengruppierungen, wenn man so will. Aber es ist so, bei uns Grüne sind wir noch recht nah beieinander, obwohl ich dann sagen kann, zwischen den schwedischen Grünen und den französischen Grünen gibt es da auch in mancher Hinsicht nicht unbedingt nur genau die gleiche Position. Aber wir sind als Grüne, wir sind auch die Einzigen, die mit einem gemeinsamen Programm antreten. Aber bei den anderen großen Fraktionen, die letztendlich auch das Sagen haben, muss man sagen, wir sind ja nur zehn Prozent im Europaparlament. Bei den anderen ist es unglaublich zersplittert. Und innerhalb der Länder sind diejenigen, die sich zu Volkspartei, also zu den konservativen Gesellen oder diejenigen, die sich zu den Sozialdemokraten gesellen, sehr unterschiedlich, von manchmal sehr progressiv in manchen Ländern und wirklich auch ein bisschen altbacken Sozialisten woanders, sodass die letztendlich, muss ich sagen, zum Schluss sich von guten Argumenten, auch mit den Experten von der Kommission, sehr oft doch vom Ende sozusagen von den Zielen, die wir gemeinsam uns gesteckt haben, als Europäische Union leiten lassen. Und sie sind, muss ich oft sagen, die Position des Parlaments recht nah an das, was wir erreichen wollen. Dann ist es aber so, dass das Spiel weitergeht und oft unterstützt uns die Kommission, aber die ist ja da eher in der Mittlerrolle. Dann kommt eben der Rat, die Minister der jeweiligen Mitgliedstaaten und die gucken das manchmal auch ganz, ganz kritisch an und oft die Position fällt unglaublich zurück. Und dann sehen wir beim Thema Verkehr und das ist vielleicht, scheint unglaublich, aber dass wir jetzt in Österreich zum Beispiel eine grüne Ministerin haben, dass sie auch mal im Rat das Wort ergreift und sagt, Leute, so können wir das ja nicht angehen, wenn wir Fit to 55 haben wollen und tatsächlich wir liefern müssen, dann können wir hier bei dem Dossier uns jetzt nicht zurückverstecken auf der Tatsache, dass es dann schwierig sein wird bei uns im nationalen Kontext. Wir müssen nach vorne gehen und deswegen ist es wirklich so, wenn wir mehr grüne Minister hätten, also eine Beteiligung, auch vor allem natürlich Deutschland ist ein ganz wichtiger Player im Rat, da ist es ja ganz oft so, dass zum Beispiel unser Verkehrsminister meines Erachtens absolut nicht die fortschrittlichste Rolle spielen kann, die er manchmal sogar, wenn er dann spricht, verkündet. Im Rat fällt er ganz oft darüber runter und sagt dann, ah, ich konnte nicht, weil die EU wollte nicht. Also das ist so eine Sache, wo will man wirklich und wo will man nicht, da wenn wir eine deutsche Bundesregierung hätten und mehr grüne Verkehrsminister oder überhaupt Minister, ging einiges wirklich besser. Und letztendlich ist die EU, wie man sich vorstellen kann, natürlich recht groß und es sind viele Player da, aber vor Ort sind auch die Top-Leute in der Verwaltung und auch mit den jeweiligen Abgeordneten, die eben ihre Dossiers kennen und mit den jeweiligen Verkehrsministern irgendwann mal auch miteinander bekannt und da kann wirklich auch ein paar wenige Stimmen auch nochmal einnorden und sagen, hey, da wollen wir aber insgesamt hin und der Klimawandel ist nicht etwas, was nur auf dem Papier steht und wir müssen das jetzt irgendwie hinkriegen, sondern das hat wirklich einen Impact auf unser aller Leben und die unserer Kinder und ja, also das ist sehr, sehr wichtig, was der Rat macht und es ist auch sehr, sehr wichtig eigentlich, dass Menschen das verstehen, dass es sich auch ein bisschen wie in Deutschland so verhält, wenn alle, mal sagen wir, Ministerpräsident, sich kreuz und quer stellen, dann geht auch nichts, ja. Und das ist das Gleiche in Europa, wenn die verschiedenen Nationalstaaten nur an sich denken, dann kommen wir nicht vorwärts. Genau, vielen Dank, Anna, für die Beantwortung der Frage. Jetzt gehen wir in die Publikumsrunde. Ich bitte mal meine beiden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Anais und Fabian, sich dazu zu schalten. Dann könnt ihr uns die Fragen einbringen, die ihr ausgewählt habt. Ich bitte vielleicht als Moderator und Gastgeber des heutigen Abends noch um Verständnis, dass wir A, nicht alle Fragen schaffen und B, dass wir den Fokus legen wollen auf die strukturellen politischen Fragen und weniger auf die Einzelprojekte. Denn wenn wir auf die Einzelprojekte abzielen, dann könnten wir natürlich EU-weit tausende Baustellen benennen und diskutieren und könnten uns tagelang darüber unterhalten. Und ich glaube, das Spannendere ist die Frage nach den nötigen politischen Weichenstellungen und den strukturellen Fragen rund um das Europäische Jahr der Schiene, mit dem wir uns heute Abend beschäftigen. Anais, was habt ihr denn an Fragen herausdestilliert, aus den vielen, die dankenswerterweise gestellt worden sind? Ja, vielen Dank. Ich habe als erstes eine Bemerkung direkt zu Anna, wegen der erwähnten Strecke Passau-Weilkirchen-Freium. Da ist der Thomas Schempf von der Ilstalbahn heute Abend dabei und hat nicht als Frage, sondern als Vorschlag gesagt, wir denken, die Ilstalbahn gerne europäisch. Also da haben wir tatsächlich auch einen Ansprechpartner, wenn das mal nötig sein sollte. Genau, das erst mal dazu. Genau, und jetzt würde ich vorschlagen, dass ich vielleicht erst mal drei Fragen stelle oder vier und wir dann erst mal eine Antwortrunde machen, wenn das okay ist. Dann geht es als erstes um die Elektrifizierung der Strecken mit der Frage, das ist nach einem Gutachten der TU Dresden. Wirtschaftlich ist eine Strecke zu elektrifizieren, wenn mindestens im Stundentakt gefahren wird. Kann sich die EU vorstellen, dass bis 2035 sämtliche Strecken zu elektrifizieren und mit Ökostrom zu betreiben sind? Das als erste Frage zum Zeitrahmen für eine eventuelle Flächenelektrifizierung. Dann eine Frage noch mal zu den Fernverkehrszügen, die eben auch wichtig sind für die Umsetzung des Paris-Abkommens und die CO2-Reduktion im Rahmen der Gesamttransformation des Verkehrs. Was ist in den Augen der Grünen der Treiber, der veranlasst, dass Personen Fernverkehrszüge in Europa in hinreichender Zahl verkehren? Also wie bekommt man mehr Fernverkehrszüge mit Personen auf die Schiene? Zum Beispiel die Frage nach Senkung der Trassenpreise. Wer würde das finanzieren? Staatliche Zuschüsse beim Kauf von mehr Systemzügen, europäische PSO, Public Service Obligation oder verbindliche Modal-Split-Vorgaben für die klimafreundliche Schiene? Also was sind sozusagen die wichtigsten Hebel für die Grünen beim Umbau? Umbau und dann noch eine Frage, die ein bisschen anders ist zum studentischen Fahren. Ein Student, der in einer studentischen Initiative für Erasmus-Studierende sich einsetzt, fragt, was gibt es für Möglichkeiten, sich da mehr einzubringen beim Jahr der Schiene? Und dann kommt dazu noch die Frage, wie stehen wir dazu für Erasmus-Studierende und unter 18-Jährige das Bahnfahren billiger oder erschwinglich zu machen? Also die Frage lautet dann genau, ein kostenloses Interrail-Ticket bekommen sollten nicht auch, also sollst du für Erasmus-Studierende nicht auch ein Zugticket geben, damit sie nicht fliegen, sondern Zug fahren? Wie stehst du, Anna, zu Discover EU und mehr Bahnfahren für Erasmus-Studierende? Genau, das sind erst mal drei Fragen. Ja, super gerne, dann fange ich an. Also treiber, fange ich mal mit der übergeordneten Frage an. Natürlich sind alle letztendlich die genannten Sachen genau das, was wir uns vorstellen. Und sie sind ja jetzt auch nicht von uns erfunden, sondern wenn man sich auch das Papier zur nachhaltigen Mobilität der Kommission anguckt, da gibt es auch eigentlich viele dieser Sachen. Letztendlich wird aber nicht angegangen, dass man tatsächlich PSO, also diese Abkommen, die man macht, wenn eine Leistung tatsächlich erbracht werden soll, dass man dann auch letztendlich bezuschusst, weil man sieht, dass es am Anfang eben keinen wirtschaftlichen Strecke oder ein Netzgebiet oder ein System gibt. Da sind wir sehr dafür, dass wir das ausweiten sollten. Senkung der Trassenpreise, ganz klar, da kämpfen wir auch schon lange dazu. Es ist auch sehr notwendig, dass wir das koppeln tatsächlich an sowas wie das Eurocharging, also tatsächlich, wenn die Straße gemautet wird, vor allem die LKWs in Zukunft, dass da das Geld direkt in der Senkung der Trassenpreise bei der Bahn ist. Und Modalsplit-Vorgaben, da geht die Europäische Union gar nicht da rein, weil sie sozusagen auch gar kein Instrument hätte, es nachher umzusetzen. Da gibt es in dem letzten Werk der Kommission leider nicht mal mehr das Ziel, was in dem White Paper von 2011 drin war, tatsächlich den Modalsplit zu ändern. Also da ist man sehr, sehr vorsichtig. Die Ziele auch für den Güterverkehr haben wir sehr gestaunt, wie letztendlich unambitioniert sie bis 2030 sind. Wir würden gerne als Grüne 30 Prozent bis 30 auf die Schiene machen. Und mit Investitionen in Digitalisierung, in automatischer Kopplung sind wir ja auch im Austausch mit vielen Menschen aus der Branche. Ist das möglich? Und letztendlich auch jetzt in dem Wiederaufbauplan der EU, weil wir ja auch 37 Prozent der Gelder müssen an konkrete Klimaschutzprojekte sozusagen gekoppelt sind, gucken wir uns jetzt auch die Nationalpläne ganz genau an und hoffen, dass eben solche Sachen drin sind, weil sie eben für die Infrastruktur der Zukunft sinnvoll sind. Und wenn wir schon sozusagen auf Pump unsere Ökonomie, unsere Wirtschaft wieder aufbauen, dann ist es gut, wenn für die Kinder der Zukunft auch was dabei rumkommt und tatsächlich dieses Verkehrssystem insgesamt effizienter wird. Elektrifizierung. Insgesamt natürlich hängt das mit der Energiewende zusammen, ganz klar. Das macht ja auch immer mehr Sinn, desto mehr Ökostrom wir haben. Wir haben da keine konkrete Zielvorgabe bis 2030 bezogen auf das Schienennetz, habe ich nicht gefunden. Also die EU hat sich da jetzt noch nicht sozusagen eine Marke gesetzt, aber wohl im Bereich der Energiewende haben wir hohe Ziele. Sie sind auch in diesen verschiedenen Fit to 55 in verschiedener Art und Weise ausbuchstabieren. Und wir sehen, dass die Reise Richtung erneuerbare Energie viel schneller sein kann. Auch das Beispiel Deutschland ist sehr ermutigend. Wir sind da auch letztendlich in guten Gesprächen mit der Kommission und mit den anderen Ländern, wo auch mehr Mut jetzt da ist, hohere Ziele zu erreichen. Ja, der Schiene. Wie kann man da sozusagen auch partizipieren? Ganz konkret kann man einfach auf der Seite der Kommission gibt es ein Formular, wo man sein Projekt einbringen kann. Und da gibt es tatsächlich auch junge Leute, die mir mitgeteilt haben, dass sie ganz, ganz spannendes vorhaben. Zum Beispiel gibt es eine Gruppe um Pioneers of Change, die sagt, wichtig ist, dass junge Menschen auch mal erfahren, wie die Welt von morgen vielleicht auch sehen kann und nicht immer nur die Nase auf die Probleme, auf die großen Probleme. Und es gibt viele Initiative, wie wir alle wissen, Menschen, die ein bisschen in anderer Art Gemeinschaften leben, mehr Nachhaltigkeit tatsächlich im Alltag praktizieren, auch neue Art der Entscheidungsfindung, viel partizipativer. Und dann gibt es auch junge Leute, die eben sagen, es wäre doch spannend in einer Zeit, wo man vielleicht nicht genau weiß, nach der Ausbildung oder bevor man sich selber selbstständig machen will, kann man sich solche Projekte angucken. Man könnte einen Weg der Nachhaltigkeit mit dem Zug und dem Fahrrad quasi durch Europa machen. Und sie sind gerade dabei, an solche Projekte basteln. Also ganz konkret eben, dass junge Menschen sagen können, ich will durch Europa reisen. Hoffentlich ist es bald wieder möglich. Wie Markus sagte, uns packt gerade alle bei dem Thema Jahr der Schiene die Sehnsucht. Aber wir sind da guter Dinge, dass tatsächlich die Europäische Kommission, also die DJ Move zusammen auch mit der DJ Kult, also für Kultur und Jugend zuständig, auch viele Projekte eben im Bereich Jugend und Nachhaltigkeit und Mobilität. Und ganz klar finden wir auch, dass es gut ist, wenn ein kostenloses Interrail-Ticket verteilt wird, als sozusagen auch, mal sagen, ja, pädagogische Maßnahme. Ich meine, viele unserer Jugendlichen, kann man sagen, ob man will oder nicht, hatten schon mal den Genuss zu erfahren, dass man sehr billig irgendwo hinfliegen kann. Wir sehen es jetzt in Mallorca, prompt ist die Grenze wieder offen und alle fliegen sie wieder hin. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir dann auch das Thema Bahn fahren mit einem ganz anderen Spirit und auch mit ganz viel Spaß an der Wiederentdeckung, auch an der Langsamkeit, dass sozusagen an sich das Schöne ist. Auch vielleicht nach dieser Pandemie, wo wir alle drin hocken mussten und sehr immobil waren, ist auch dann ein neuer Trend zu einem neuen Reisen. Das kann man nur hoffen. Also auf jeden Fall, ja, wir wollen gerne das unterstützen mit dem Orasmus Plus und mit dem Interrail. Da sind wir ganz vorne dran und da ist auch mein Kollege Niklas Ninas im Regie ganz aktiv. Aber danke auch für Kreativität, kreative Ideen zum Jahr der Schiene. Mit verschiedenen Vereinen und verschiedenen Ideen kann man da sicherlich auch gerade in den Nerv der Zeit treffen. Und Projekte, die man immer schon machen wollte, wenn es irgendwie mit Bahn zusammenhängt, da auch einzureichen und vielleicht eine gute Unterstützung auch bekommen. Ich glaube, soweit. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, genau. Vielleicht noch eine kurze Zwischenbemerkung von mir. Ich habe auch so ein bisschen nebenbei in die Fragen hineingeschaut. Das sind einige Fragen, die da die nationale oder auch sogar bayerische Fragen betreffen. Sei es zum Beispiel im Schienenpersonennahverkehr. Fragen, für die sind die Bundesländer zuständig in Deutschland, in unserem Fall Bayern. Fragen nach der Reaktivierung von Eisenbahnstrecken. Auch das ist eine Frage, die weniger die Europäische Union tangiert. Zwar bei Lückenschlussprogrammen ist die EU sehr wohl mit an Bord oder aufgerufen zumindest. Aber im Allgemeinen sind Reaktivierungsfragen dann Fragen der Nationen bzw. der Regionen oder der Bundesländer. Insofern würde ich die ganz gerne hier ausklammern. Allerdings finden die Interessierten unter Ihnen hier ganz wertvolle und gute und kompakte Informationen in einem aktuellen Positionspapier unserer Bundestagsfraktion, das federführend Matthias Gastel erarbeitet hat. Mit ihm hatte ich unser letztes Webinarangebot in unserer Reihe. Ist auch auf meiner Website auffindbar. Und dort findet man auch den Link. Wir werden den Link aber auch hier noch posten in dieses Kommunikationstool hier, sodass das auch auffindbar ist, das Positionspapier der Bundestagsfraktion zur Verdoppelung des Schienenanteils im Modelsplit unserer Zukunft der Bahn. Genau das findet man. Also viele nationale Fragen beantwortet, jedenfalls wie wir Grüne uns die Lösung der Herausforderungen vorstellen. Dann gebe ich wieder zurück an Anais. Ja, vielen Dank. Dann machen wir eine zweite Fragerunde jetzt erstmal. Und zwar sind einige Fragen noch eingegangen konkret zum Europäischen Jahr der Schiene. Zum Beispiel gibt es bei der EU Überlegungen, das Europäische Jahr der Schiene um ein Jahr zu verlängern. Denn durch die pandemiebedingten Einschränkungen ist dieses Marketinginstrument ja nur wenig einsetzbar und nutzbar. Und noch eine Frage zum Jahr der Schiene. Wo die Förderanträge zu finden sind, das kann man bestimmt so beantworten. Und noch eine weitere Frage war, ob es eine Liste und Übersicht aller Initiativen und zivilgesellschaftlichen Akteure gibt, die am Jahr auf Rail partizipieren, beziehungsweise sich einbringen. Genau, und dann gab es auch noch eine Rückfrage zu den Fahrgastrechten einmal. Und zwar, wie genau werden Fahrgastrechte von der Forst-Mageure beeinträchtigt, beziehungsweise was genau würde denn in diesem Gesetz stehen? Ja, die letzte Frage, der Anfang, den habe ich jetzt verpasst. Nochmal, Entschuldigung. Was genau, das war zu den Fahrgastrechten. Was genau würde denn sozusagen die Fahrgastrechte, welche Fahrgastrechte genau werden geschwächt durch Forst-Mageure? Ja, jetzt habe ich es, sorry. Und das würde konkret im Gesetz stehen, genau. Genau, ja. Also, erst mal zu den Förderanträgen. Dann muss man auf der Seite der Europäischen Union gehen, DG MOVE, also Direktion General Mobilität, die heißt DG MOVE. Und mit dem Suchbegriff EU Year of Rail findet man eigentlich die Erklärung, was das ist. Und auch das Formular sozusagen oder die Methode, um Förderanträge auch online darzustellen. Sehr gerne, wenn auch jemand ein ganz konkreten Projekt hat, kann man auch gerne zu mir nochmal outreachen und mal einfach fragen. Aber gerne könnt ihr auch einfach eure Projekte da reinschreiben. Natürlich, wenn Vereine sozusagen, die kennen das auch schon, die wissen dann auch vielleicht, wie man das so formuliert, dass es gut ankommt. Die Verlängerung bis 2022 war während der Verhandlung auch schon Thema. Und es wurde uns tatsächlich auch gesagt, dass man auf jeden Fall nicht am 1. Januar 2022 die Förderanträge einfach nicht mehr angucken wird, weil man ja hofft, tatsächlich auch ein bisschen mehr Debatte im öffentlichen Raum zu haben, Festivals, wie auch immer, Museen, die sich damit beschäftigen, sogar die Idee, dass Bahnhofhallen auch ein bisschen über das Jahr der Schiene sozusagen visuell aufbereiten. Das wird dieses Jahr, wenn dann überhaupt ein halbes Jahr möglich, wenn man sehr optimistisch ist und offiziell ist noch nicht ganz das Jahr 2022 entschieden, aber es wurde quasi in den Verhandlungen schon damals gesagt, bis in das Jahr 2022 werden wir das Programm fortführen. Wir werden bald nochmal auf dem Zahnfühlen der Kommission, ob wirklich mal jetzt das Jahr 2022 in Gänze oder nur bis zum Sommer, wie das jetzt da vorgesehen wird, weil viele Projekte und auch gerade ist die Zeit schwierig, sich zu projizieren in die Zukunft, werden wahrscheinlich nicht eingereicht werden vor dem Herbst, wenn wir ein bisschen mehr Klarheit haben. Genau, und die letzte Frage eben zu der Force Majeure. Letztendlich ist das in einem Katalog festgeschrieben, jetzt während der Verhandlung gewesen, welche Fälle zu einer Force Majeure führen und das führt dann dazu, dass man eben als Passagier quasi nicht das Recht hat, eine Rückerstattung oder eine Rerouting, also eine neue Verbindung angeboten zu bekommen, weil es sozusagen nicht der Schuld des Bahnunternehmens ist und das ist natürlich eine große Schwächung im Vergleich zu heute und das Schwierige daran ist eben die Rechtsunsicherheit, weil auch direkt Verbraucherschutzorganisationen gesagt haben, aber wie bin ich mir sicher, dass das Bahnunternehmen tatsächlich so eine Force Majeure unterliegt oder nicht, dass es ein bisschen zu weit ausführt für sich selbst und dann hat die Kommission gesagt, ja, dann können sie es dann vor dem EuGH quasi erstreiten und das ist natürlich auch ein bisschen sehr schwache Position der Politik, finde ich insgesamt, dass man sich selber quasi gar nicht so sicher ist, was man da reinschreibt, ob das rechtssicher ist und von vornherein, bevor sie überhaupt sozusagen angewandt wird, schon sagt, ja und wenn es Probleme geben wird, in Klammer, die vermuten, dass es welche geben wird, dann kann man ja schon zum EuGH gehen. Wir waren da wirklich sehr dagegen und haben gesagt, eine Force Majeure ist wirklich etwas, was die Bahnfahrgastrechte so sehr schwächt, dass wir es eigentlich eine Schwächung sehen im Vergleich zu dem letzten Werk und wir können uns das eben nur so vorstellen, dass am Anfang die Kommission sagte, wir erheben die Pauschalrückerstattung vielleicht ähnlich wie bei dem Flugverkehr. Das wurde dann auch rausverhandelt und das andere ist dann in dieser Phase, wo die Bahnunternehmen es jetzt besonders schwer hatten, logischerweise durch den enormen Verlust der Fahrgäste, dass da quasi die Stimmung so ein bisschen gekippt hat und man dann doch ein bisschen mehr für die Bahnunternehmen tun wollte, aber insgesamt glaube ich nicht. Ich glaube, die haben sich da auch ein bisschen in eigene Knie geschossen. Das ist sehr bedauerlich. Genau, also das sind glaube ich die drei Fragen, die es gab. Ich hoffe, genau, ihr habt da das rausgepickt, was euch interessiert hat. Vielen Dank, Anna. Nice, haben wir noch weitere Fragen? Ja, wir haben noch einige Fragen und ich kann gerne noch ein paar Fragen einbringen. Es gab mehrere Fragen auch zum Verhältnis von Elektrifizierung von Lkw-Güterverkehr und Schiene, weil es da ja jetzt auch Teststrecken und Bestrebungen gibt, den Lkw-Verkehr zu elektrifizieren und wie kann man da sozusagen die Schiene stärken. Und dann eine Frage zur Fahrradmitnahme im Zug. Obwohl da sozusagen erste Schritte getan wurden, vier Radstellplätze pro Zug. Wie ist da sozusagen, wie können da die weiteren Planungen sein für die bequeme Kombination von Fahrrad und Zug? Und dann haben wir doch zu einem Projekt noch eine konkrete Frage, nämlich den Brennarm-Nordzulauf, aber die Frage ist übergeordnet. Deswegen stelle ich sie jetzt hier gerne und zwar, wie kann sich die EU dafür einsetzen, dass Lärmschutz nach Neubaustandard bei Ausbau der Tentstrecken-Basis-Brennertunnel-Nordzulauf umgesetzt wird? Und die allgemeinen Fragen, wie stehen wir zu dem Ausbau des Brennarm-Nordzulaufs im Allgemeinen? Wobei das wahrscheinlich eher eine Frage für den Markus ist auf bayerischer Ebene. Wie ist der Stand zum Brennarm-Basis-Tunnel? Kommen wir da in Bayern zu spät? Beziehungsweise auch eine konkrete Frage noch nach der Entlastung des Bahnknotens München vom langlaufenden Güterverkehr. Welche Möglichkeiten gibt es da? Das hängt damit ja auch zusammen. Genau, also das wäre sozusagen Lkw versus Schiene-Elektrifizierung, Radmitnahmen und BBT. Ich weiß nicht, ob ihr das Letzte vielleicht einfach vorziehen wollt. Ich kann vielleicht beim BBT ganz kurz vorziehen, dass wir dazu Beschlüsse haben von den bayerischen Grünen. Die sich auch decken mit der Position der Bundesgrünen. Und das ist ein klares Bekenntnis zum Brennarm-Nordzulauf-Ausbau. Wir wollen Güter- und Personenverkehr auf die Schiene verlagern und brauchen dazu die nötige Infrastruktur und die nötigen Kapazitäten, um viele 100 Zugpaare pro Tag auf der Strecke befördern zu können. Und natürlich ist für uns ganz wichtig, dass hier die anwohnerfreundlichste, lärmschonendste Variante gewählt wird. Vor allem in dem Engpass des bayerischen Inntals. So sieht man aber die Musterlösung sozusagen ideal fertig gebaut auf der österreichischen Seite ein paar Kilometer weiter mit einer unterirdischen Streckenführung, die auch eine sanierte Bestandsstrecke freigibt, um hier dort einen vorzüglichen Schienenpersonennahverkehr anbieten zu können. Das ist sozusagen die Position der Grünen. Und wir können sehr gerne den Link zum Beschluss unserer Grünen Landespartei hier zur Verfügung stellen. Da kann man unsere Vorstellungen dazu nachlesen. Zum Thema Lärmschutz ist nach meinem Wissensstand reine nationale Sache, Frage der nationalen Gesetzgebung. Wenn es dazu aber weitere Einflussmöglichkeiten seitens der EU gibt, weil es ja europäische Verkehrsachsen sind, bin ich gespannt, die zu erfahren. Falls du dazu was weißt, Anna, nach meinem Kenntnisstand ist das nationale Recht. Ja, also da muss ich auch sagen, dass ich ja quasi passen muss. Das Thema Lärmschutz, ich weiß, dass in Ausnahmefälle, wenn es eben an diese TNT-Korridore gibt und man vor allem im Grenzüberschreitend sonst nicht die Werte sozusagen erreicht, dass da Möglichkeit ist, vom ZEW Mittel zu nehmen. Aber ich glaube, wenn es rein national ist, dann ist das nationale Recht. Da müsste ich mich aber erst nochmal ganz besonders erkundigen, wie es sich auf sich hält. Da muss ich sagen, habe ich mich noch nicht damit in der Tiefe beschäftigt. Auch vielen Dank, dass du zum Brenner eure Position, also wir bekommen das natürlich auch von Baden-Württemberg und von Europa mit, dass es eine schwierige Geschichte ist und es ist schön, dass du da eine präzise Antwort haben konntest. Zum Thema LKW-Elektrifizierung, da laufen tatsächlich einige Pilotprojekte versus Elektrifizierung der Schiene. Da muss ich sagen, da bin ich doch eine, vielleicht nicht ganz objektive, aber ich finde, wenn man so ein tolles System hat wie die Schiene, dass, wie wir eingangs gesagt haben, noch nicht zu hell, erst zur Hälfte zu 54 Prozent elektrifiziert ist und wir da eigentlich die ganze Stärke letztendlich auch der Übertragung der Kraft nutzen können durch die Schiene, dann leuchtet es mir nicht so ganz ein, warum wir uns jetzt da auf die Straße vorstellen, das alles zu verkabeln und so weiter und so fort. Wir sollten eher in die Mobilitäts-Hub, also in der Übertragung von Container und containerweise im Güterverkehr da investieren, mit der automatischen Kopplung und mit der Tatsache, da schwebt mir so Sachen vor, die wir machen könnten. LKWs, die tatsächlich nur regional, lokal Container zu dem nächsten Güterbahnhof fahren, dass wir da sozusagen auch vielleicht mit einer zukünftigen Maut sagt, da wird die Maut auch viel günstiger, weil man ja eigentlich langfristig, also auf der langen Strecke die Bahn nutzen will. Da könnten wir viel mehr machen, um die beiden Systeme gut zu hinterlinken. Wenn wir jetzt anfangen, die Elektrifizierung auch vor allem sozusagen, da über diese, habe ich mir auch angeguckt, ist sehr beeindruckend, aber es könnte noch dazu führen, dass wir eine Verteilung haben von vermeintlich beides ist ökologisch und gut, aber dann wäre dann das Problem, dass wir die Straßeninfrastruktur nochmal ausbauen müsste, enorm und würde auch sehr viel Schaden anrichten, meines Erachtens. Also ich bin da eher, dass wir sagen, das Rückgrat soll die Schiene sein. Da haben wir sehr evidente Schritte zu tun. Investitionen sind ganz klar, was getan werden muss. Wir kennen die Systeme. Wir müssen noch an den Schnittstellen arbeiten und sehe, letztendlich sei es über die Elektrifizierung von klassischen LKWs, aber auch diese ganze Idee des autonomen Fahren mit den ganzen LKWs, die dann letztendlich auch wieder einen Zug bilden würden auf der Autobahn, autonom sehe ich da eher ein bisschen eine Verzettelung der Aufgaben, die wir zu tun haben. Und mit der Fahrradmitnahme, wie geht es weiter? Also wir haben da gekämpft für diese mindestens vier Plätze pro Zug. Es erscheint in manchen Ländern und manchen Züge lächerlich, weil wir längst schon mehr haben. Wir haben sehr, sehr stark argumentiert, dass letztendlich dieser Raum, der im Zug dann entsteht, wenn er gerade nicht von Fahrradfahrenden benutzt wird, auch vielfältigst benutzt werden kann. Für Menschen mit Schlitten oder Kinderwagen oder was auch immer man transportiert. Und für Menschen, die viel Zug fahren, wissen Sie, auch in diesen Abteilen ist auch immer sehr schön, sich aufzuhalten und ein bisschen Platz zu haben für größere Gegenstände. Und wir hoffen und wir sehen auch die Entwicklung zumindest in mancher Länder, dass sie jetzt sagen, wenn wir ohnehin jetzt schon sowas planen müssen, weil die EU das vorgibt, dann lass uns doch einen halben Waggon machen. Das ist dann in der Planung doch einfacher mit Klappsitz oder wie auch immer. Also wir hoffen, dass das Signal da jetzt ist. Ihr müsst sowieso die vier machen, aber vielleicht überlegt euch mal, wie ihr das in einem sinnvollen Konzept, damit es auch attraktiv ist für die Kunden und wir hoffen, dass da noch mehr kommt. Aber wie immer ist es natürlich für jemanden, der sich entscheidet, unterwegs zu sein mit seinem Fahrrad, ist es schade, wenn er sozusagen nur jeden zehnten Zug heutzutage nehmen kann, wenn er sich nicht sicher ist, wie die Reise weitergeht. Deswegen müssen wir da auch noch ganz stärker für diese Kombination werben. Und was uns ganz wichtig war, ist, dass es tatsächlich auch, wir haben es dann im Trilog dann auch lustigerweise Ready to Bike genannt, also letztendlich ein Fahrrad, was man nicht abmontieren muss, was man nicht einpacken muss, sondern einfach ein Fahrrad, was man quasi dann einfach direkt fahren kann. Weil ich denke, das ist auch grauenhaft für Menschen, die es schon ausprobiert haben, dass in jedem Land braucht man eine Tasche, dann muss man die Räder abmachen. Und das ist dann einfach überhaupt gar kein Spaß mehr. Deswegen haben wir dann auch das reingeschrieben in den Fahrgastrechten. Das war ein guter Erfolg. Genau. Ja, und zum Thema Brenner bin ich jetzt eher straßenseitig durch die Eurocharging, also durch die Straßenmaut und den möglichen Zuschlägen oder Nichtzuschlägen sehr beschäftigt. Aber tatsächlich den Nordzulauf, da muss ich mich nochmal vertieft einlesen, gebe ich zu. Aber apropos Charging, könnte man vielleicht noch dazu sagen, dass wir Grüne, glaube ich, länderübergreifend an einem Strang ziehen, um eine echte Güterverlagerung dann auch wirklich zu erreichen und nicht nur Bahnstrecken zu bauen, die dann nicht benutzt werden. Wollen wir eine massive Anhebung der LKW-Maut international. Die Österreicher sind ja da schon sehr weit vorne. Die Österreicher fordern auch ein Korridormaut. Die Möglichkeit, eine Korridormaut auf besonders sensiblen Strecken einzurichten. Ich meine, das sollte auch möglich sein für besonders belastete Strecken, dass hier einfach auch besonders stark nachgefragte Strecken stärker bepreist werden können. Und die Infrastruktur, die auch durch die LKW insbesondere am stärksten mitgenommen wird, man weiß ja, 10.000 Pkw haben eine Straßenabnutzung von einem 40-Tonner, sodass wir hier verursachergerecht auch entsprechend die Kosten, entsprechende Einnahmen gegenüberstellen können und daher entsprechende Unterstützung dann für den Ausbau klimafreundlicher Alternativen hier hereinbekommen und eine steuernde Wirkung, die auf die Schiene verlagert. Das gehört natürlich unbedingt dazu, wenn man hier in einer bestimmten Region Ausbaumaßnahmen zumutet. Ich denke, wir haben uns jetzt eine Stunde intensiv zum Thema Europäisches Jahr der Schiene ausgetauscht. Deswegen würde ich ganz gerne abmoderieren langsam. Allerdings, bevor ich zum Dank schreite, noch einen Terminhinweis loswerden, der die Anwesenden möglicherweise hier interessieren könnte. Und zwar haben wir am 13.04. gleich beim nächsten Webinar dieser verkehrspolitischen Reihe den nächsten hochkarätigen Gast, nämlich keinen geringeren als den Bundestagsfraktionsvorsitzenden der Grünen und mutmaßlich bayerischen Spitzenkandidat der anstehenden Bundestagswahl, nämlich Toni Hofreiter, Dr. Anton Hofreiter, wird mit mir zusammen plaudern über das Thema Klimaschutz und Mobilität. Und das wird am 13. April sein, noch einmal zu notieren, um 18.30 Uhr. Man findet auch diesen Termin und die Anmeldemöglichkeit auf derselben Seite, wie Sie und ihr hierher gefunden habt, nämlich unter grünefraktionbayern.de. Apropos Internetadressen und Link im Chat findet ihr und finden Sie die erwähnten Papiere, auf die wir verwiesen haben. Vielen Dank an mein Team, die die Links hier hineingetragen haben. Auch gerade folgt noch der Anmeldelink zum Newsletter von Anna Stepane-Grünenberg, der ich jetzt zum Schluss der Veranstaltung aus ganzem Herzen danken möchte, dass du dir die Zeit genommen hast, das hätte ich fast gesagt, auf den Weg gemacht hast, aber dir die Zeit genommen hast, heute Abend hier zu sein und mit uns zu diskutieren und einen hochinteressanten Einblick, finde ich, uns gegeben hast in die Arbeit der Europäischen Union und deine persönliche Arbeit als Berichterstatterin zum Europäischen Jahr der Schiene, zum Year of Rail. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns bald mal wieder persönlich treffen können und vielleicht auch mal wieder zu einer weiteren Webinar-Runde. Vielen, sehr, sehr gerne. Und dann darf ich mich verabschieden von allen Verbliebenen, noch 60 Teilnehmenden in unserer Veranstaltung. Kommen Sie wieder, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch allerseits. Tschau, auf Wiederschauen. Auf Wiedersehen.